Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten weltweit. Während viele Menschen auf offensichtliche Symptome wie Verdauungsprobleme oder Blut im Stuhl achten, gibt es einige seltsame Anzeichen, die auf der Haut auftreten können. Ja, du hast richtig gehört. Auf der Haut. Heute werden wir uns drei dieser ungewöhnlichen Anzeichen ansehen, die auf Darmkrebs hindeuten könnten. Bleib dran, denn diese Informationen könnten lebensrettend sein. Nummer 1 – Gelbfärbung der Haut und Augen Eine Gelbfärbung der Haut oder der Augen, auch als Gelbsucht bekannt, kann ein Zeichen dafür sein, dass der Darmkrebs die Leber betrifft. Die Leber spielt eine entscheidende Rolle bei der Verarbeitung von Bilirubin, einem gelben Pigment. Wenn der Krebs die Funktion der Leber beeinträchtigt, kann sich Bilirubin im Blut ansammeln und zu einer Gelbfärbung führen. Nummer 2 – Dunkle Flecken oder Veränderungen der Hautfarbe Ungewöhnliche dunkle Flecken oder Veränderungen der Hautfarbe, insbesondere um den Bauchnabel herum, können ebenfalls Anzeichen für Darmkrebs sein. Diese Veränderungen können durch Ansammlungen von Krebszellen unter der Haut oder durch andere Faktoren verursacht werden, die mit Darmkrebs in Zusammenhang stehen. Nummer 3 – Plötzliche unerklärliche Hautausschläge Während Hautausschläge viele Ursachen haben können, können plötzliche unerklärliche Ausschläge, die nicht auf Allergien oder andere häufige Hautprobleme zurückzuführen sind, ebenfalls ein Anzeichen für Darmkrebs sein. Es ist wichtig, solche Ausschläge von einem Dermatologen oder Onkologen untersuchen zu lassen, um die genaue Ursache zu bestimmen. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Anzeichen nicht unbedingt bedeuten, dass du Darmkrebs hast. Sie können auch durch andere gesundheitliche Probleme verursacht werden. Wenn du jedoch eines oder auch mehrere dieser Symptome bemerkst, solltest du unbedingt einen Arzt aufsuchen. Was denkst du über diese seltsamen Anzeichen von Darmkrebs? Hast du oder jemand, den du kennst, jemals solche Symptome erlebt? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und pass gut auf dich auf!